Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut. Ich hoffe ihr habt die Osterfeiertage gut rumgebracht, beziehungsweise sind sie ja noch. Ich hoffe ihr konntet das ein bisschen genießen bei dem schönen Wetter und eurer Familie. Ansonsten sieht es momentan nicht so gut aus, wir traden momentan bei ungefähr 39.000 US-Dollar. Aber gut, es war relativ vorhersehbar, wir haben ja schon am Samstag glaube ich, gestern gab es ja kein Video am Samstag oder am Freitag schon drüber gesprochen, dass ich wahrscheinlich nochmal sehe, dass wir hier unter das Golden Pocket fallen. nochmal hier in diesem Bereich runterkommen, aber darüber reden wir gleich. Ansonsten lasst dem Video auf jeden Fall gerne einen Like nach oben da, schreibt einen Kommentar für den Algo und wenn ihr Bock habt, aktiviert die Glocke und macht Ding Dong. Ansonsten, wie gesagt, momentan bei ungefähr 39.000 US-Dollar. Wir hatten eine kleine Abverkaufswelle in dem Bereich von ungefähr 38.400 US-Dollar. Ihr seht das Volumen, relativ miserabel, also überhaupt kein Volumen oder Verkaufsdruck hier reingekommen. Was mich momentan jetzt noch ein bisschen beruhigt, also wir haben ja hier noch eine größere, sag ich mal, auf dem Daily-Chart sind wir ja momentan hier eine größere Daily-Demand. Die hat erst mal gehalten. Wir gehen jetzt mal ganz kurz in den 4-Stunden-Chart, weil man es da doch noch ein bisschen besser sieht, sag ich mal. Seht ihr hier, okay, wir hatten jetzt hier einen 4-Stunden-Close. Der ist momentan genau am Monats-Support S1, also am Monats-Pivot S1. Wenn wir den nicht halten, halte ich es eher für wahrscheinlicher, dass wir wirklich nochmal in diesem Bereich hier unten, wo diese gelbe Linie ist, bei ungefähr 36.000, ja, jetzt sind wir 800 US-Dollar. Das war ja so der Bereich, den wir so seit ein paar Tagen angesprochen haben, aufgrund unserer Abtrend-Linie, die hier unten gebildet wurde. Halte ich wirklich weiterhin für möglich, dass wir hier auf jeden Fall nochmal hinkommen. Ist nicht wirklich ausgeschlossen. Wir haben es nicht geschafft, ein Höheres hochzubilden. Wir haben das ganze Wochenende eigentlich hier konsolidiert. Kaum Bewegung gesehen. Also mich hat selber gewohnt, dass so wenig Volumen bzw. so wenig Bewegung im Markt drin ist. Kein Höheres hoch, tieferes Tief. E-Mail-Ribbons auf dem 4-Stunden-Chart weiterhin bearish. Somit keine neue, sag ich mal, bullische Struktur gebildet. Weiterhin dieser Downtrend, der gilt einfach weiterhin noch, solange wir kein wirklich Höheres hoch gebildet haben und über diese 4-Stunden-E-Mail-Ribbons rüberkommen. Auf dem 4-Stunden-Chart sehen wir klar, okay, das Volumen doch ein bisschen mehr zugenommen als jetzt auf dem Daily momentan. Aber gut, es ist jetzt wirklich nichts Berauschendes. Weiterhin möglich, wie gesagt, hier unten diese 37 oder 36.800 US-Dollar von hier aus dann eine schnelle Recovery, sag ich mal, nach oben hin. Wieder das Golden Pocket bestätigen und dann nach oben. Das ist so momentan der Plan, den ich befolge. Das Einzige, was mich noch ein bisschen, deswegen der Daily-Chart, weil ich mir den gerade angeguckt, das Einzige, was mich etwas beunruhigt momentan, sag ich mal, ist noch dieser Wig hier unten. Also ihr seht hier unten diese Bike-Handle. Auf dem Eintages-Chart relativ heftig. Also dieser Schatten, den wir da gebildet haben, dieses Void, sag ich mal, auf dem Daily, möchte ich jetzt mal nicht unterschätzen. Das würde dann nochmal die ungefähr 34.000 US-Dollar bedeuten. Wenn wir uns jetzt aber nochmal auf den 4-Stunden-Chart begeben, sieht das alles nicht mehr so krass aus. Dann hätten wir so, sag ich mal, ungefähr das Preisziel von 35,7. Also nicht unbedingt, dass wir jetzt nochmal auf 34k gehen. Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit grundsätzlich. Andererseits, wir haben hier drüben einen Void durch eine Abverkaufscanel gebildet. Die haben wir wieder aufgekauft. Das heißt, theoretisch ist dieses Void erst einmal geschlossen. Möchte es aber jetzt nicht beschreien, dass wir jetzt nie wieder hier auf diese 35,7 gehen. Ich meine, wenn wir das Preisziel von 36,8 haben, sind 1.000 US-Dollar mehr oder weniger jetzt auch nicht so schlimm. Heißt, relativ flotter Dump, sag ich mal, nach unten. Huch, wo haben wir es denn? Da. So, relativ flotter Dump nach unten. Wäre drin, schneller Aufverkauf und dann einfach hier ganz normal wieder das Golden Pocket etc. pp. bestätigen. Und das hatten wir ja bei den letzten Dumps hier immer wieder. Wir hatten viel Seitwärtsphase, viel Seitwärtsphase, kurzer Dump nach unten, sofort wieder erholt. Und dann ging, sag ich mal so, diese nächste Rallye nach oben hin los. Also ich würde es nicht unterschätzen, dass wir hier nie wieder hinkommen. Möchte ich nicht beschreien. Trotzdem, solange wir einfach in diesem Downtrend sind, wir bilden keine höhere Hochs, wir bilden tiefere Tiefs, zumindest auf den kleineren Timeframes. Auf den größeren ist es wichtig, sag ich mal, dass wir dieses Hoch hier vielleicht erst mal bei 37,4 halten. Würde natürlich nicht passen, wenn wir hier einfach ein Lower Low bilden. Andererseits, the trend is your friend until the end, wie man so schön sagt. Deswegen 36,8 nicht ausgeschlossen. Ob das jetzt im Laufe des heutigen Tages ist, ich vermute eher heute. Wie gesagt, wir haben Feiertag. Unser CME Gap ist bei 39,8. Deswegen wäre es eigentlich wünschenswerter, sag ich mal, okay, wir gehen tiefer. Vielleicht heute über den Tag und morgen das CME Gap dann bullisch nach oben hinflippen. Und dann Reise nach oben begeben. Grundsätzlich ist der Markt momentan weiterhin in der Seitwärtsphase. Also ihr seht es auch hier, wir sind jetzt einfach wieder in dieser Reaccumulation Zone, sag ich mal, wo wir erst kurzzeitig verlassen haben, nicht wirklich gehalten haben und deswegen jetzt erstmal wieder seitwärts gehen. Grundsätzlich sind wir auch seit über einem Jahr seitwärts. Also es hat sich wenig geändert, sag ich mal, am Markt. Mehr kann man nicht sagen. Downtrend kurzfristig, wichtig, 36,8. Von hier aus dem Bounce und dann nach oben hin ist momentan einfach das wahrscheinlichste Szenario. Solange dieser S1 natürlich noch hält, können wir hier noch ein bisschen konsolidieren. Aber ich bezweifle, dass auch heute an einem Ostermontag genug Kaufvolumen hier reinkommt. Dann eher Richtung Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und dann steht das nächste Wochenende schon wieder da. Aber keine Panik schieben, alles nach Plan, was wir jetzt so zuletzt besprochen haben. Schauen wir uns Ethereum an. Ethereum relativ das gleiche Bild. Wir hatten hier unseren Downtrend, haben den seitlich verlassen. Wir wollen, wenn wir einen Downtrend haben, nicht seitliches verlassen sehen. Deswegen auch hier kein Volumen, kein höheres Hoch. Jetzt bilden wir wieder ein Lower Low. Das heißt, auch hier ist der Downtrend weiterhin in Gange. Es hat sich nichts an der Struktur geändert. Wichtig hier, das war das, wo wir auch schon das Öfteren gesprochen haben drüber. Das Golden Pocket wurde bei Ethereum jetzt erst einmal erreicht. Ob das dann hält, wenn Bitcoin jetzt nochmal einen 2000-Dump hinlegt, wage ich zu bezweifeln. Dann wäre so dieser nächste Anlaufpunkt hier unten, hätte ich mal gesagt, zu dieses Low bei ungefähr 2770 bis 2722. Einerseits, wir haben hier noch so ein kleines Void, was noch nicht ganz aufgefüllt wird. Das heißt, die Möglichkeit besteht auch hier, dass wir diesen Bereich von 2770 nochmal erreichen und dann hier relativ flott aufgekauft werden, je nachdem, wie es dann halt bei Bitcoin zugeht. Aber das sind so momentan die Zonen, die ich mir prozentual gut vorstellen kann. Was hier auch interessant ist, Volumen jetzt auch nicht sonderlich stark. Wir hatten auch hier übers Wochenende immer wieder deutliches Abverkaufsvolumen. Aber das Kaufvolumen war bei Ethereum doch ein bisschen höher als bei Bitcoin. Heißt für mich auch hier, Ethereum momentan weiterhin ein bisschen auf der stärkeren Seite gegenüber Bitcoin. Aber gut, je nachdem, wer den ersten Move macht, beziehungsweise Bitcoin liegt ja vor. Die Frage ist dann, wie zieht Ethereum nach. Aber trotzdem, 2770 bis 2720 wären so die nächsten Kauforders, wo ich mir dann möglicherweise vorstellen könnte. Schauen wir uns Cardano an. Cardano, auch nur am Dumpen, Golden Pocket hier überhaupt nicht gehalten. Auch hier, solange es rumge... Ah ja, hier unten ist einfach nicht wünschenswert bei so einem Trend. Auch der RSI wieder nach unten hindurchbrochen. Jetzt sind wir am 0,786er. Also der Dump geht weiter. Wir halten jetzt auch hier jedes Void wirklich aufgefüllt. Wir hätten, sag ich mal, hier unten nochmal eins bei 0,83. Also auch hier mal diesen Bereich auf jeden Fall im Kopf behalten. 0,83 ist eine Möglichkeit, solange Bitcoin dann nochmal, sag ich mal, einen Weg tiefer geht. Aufkauf und dann hier den Trend nach oben hin fortsetzen, sag ich mal. Aber momentan, Downtrend auf jeden Fall. Sieht nicht gut aus, keine höheren Hochs, Lower Lows. Das heißt, absolut erstmal Downtrend. Wichtig ist es dann auch hier, sag ich mal, das letzte Hoch dann erstmal rauszunehmen bei 0,96. Die 4 Stunden E-Berry Ribbons und dann nochmal ein höheres Tiefzubilden, damit wir einfach wieder so eine kleine Trendwende reinkriegen in den Markt. Ansonsten seht ihr überall, der Markt ist absolut rot momentan. Ich weiß, da sind noch ein paar Altcoin-Wünsche offen, wo angesprochen wurden. Habe ich mir jetzt heute dagegen entschieden, das zu machen, einfach weil es keinen Sinn macht, jetzt in solche roten Kennenzen wieder irgendwas Bullisches rein zu interpretieren. Das einzige Bullische, was ich euch sagen kann, sehen wir hier bei Ethereum. Wir haben diesen Pump, den wir hier drüben hatten, wo jeder, oh ja, Ethereum, XRP, Pump hier. Wurde einfach wieder aufgefüllt. Und perfekt, das war im Endeffekt auch absehbar. Das habe ich euch auch vor zwei Tagen gesagt, solche Pumps sind nicht nachhaltig. Vor allem mit sehr, sehr wenig Volumen, beziehungsweise mit einer so einer Candle und die Folge hat dann schon wieder größeres Abverkaufsvolumen. Also es war klar, dass wir dieses Void auffüllen. Wenn jemand da jetzt eine Position aufgemacht haben sollte, vorsichtig sein aufgrund Bitcoin-Weiterheit-Dump-Möglichkeit. Könnte dann für XRP auch nochmal einen größeren Dump bedeuten. Vor allem dieser Bereich hier unten, sag ich mal, bis weiterhin diesen 0,65$ halte ich auf jeden Fall für möglich, dass wir hier auf jeden Fall nochmal runtergehen. Dieser Dampf war absehbar. Müssen wir jetzt schauen, wie sich XRP hier noch ein bisschen stabilisiert. Ob sich es überhaupt stabilisiert, werden wir dann auf jeden Fall sehen. Jetzt schauen wir uns noch ganz kurz Luna an. Luna, gleiches Beispiel, haben wir eigentlich drüber gesprochen hier unten in dieser Bereich. Wir sind genau bis 0,75 US-Dollar hingekommen. Wir haben diesen Pump hier, sag ich mal, nach unten hin fast genauso gefüllt, wie wir es gesagt haben. Also diese Candle. Jetzt geht es natürlich darum, dass wir einfach hier nochmal ein bisschen höher gehen. Klar, wir haben jetzt hier über das Wochenende ein bisschen mehr seitwärts gemacht als erhofft. Trotzdem perfekt getroffen. Jetzt bräuchten wir aber natürlich auch dieses Kaufvolumen. RSI ist relativ weit unten. Volumen kommt aber momentan nicht rein. Also behaltet eher momentan Bitcoin im Auge. Klar, die Altcoins auch mit dem Blick, vor allem für Spotkäufe, jetzt langsam wieder interessant. Oder auch mögliche neue Swing-Trades. Was noch ein Wunsch war, war IOTA. Wo haben wir denn IOTA? Das wollte ich nicht vergessen, weil da auch viel Diskussion war. Und sonst was. Sieht aber auch nicht gut aus. Andererseits auch hier, wichtiges Zeichen, dieser Candle hier, dieser Pump, dieses Void, wurde jetzt auch wieder geschlossen. Gutes Zeichen erst einmal. Trotzdem IOTA momentan keine wirkliche Stärke. Wir haben zwar kein Lower Low momentan gesehen. Abverkaufsvolumen dann deutlich ab. Aber trotzdem noch nicht wirklich was, wo ich sage, okay, wir gehen jetzt hier in eine riesige neue Long-Position rein. Würde ich jetzt erstmal abwarten. Wichtig, Void wurde geschlossen. Wichtiges Zeichen. Jetzt müssen wir aber auch wieder ein bisschen konsolidieren. Versuchen ein höheres hochzubilden. Was ich momentan erst einmal nicht sehe. Solange wir bei Bitcoin nicht möglicherweise die 37k nochmal angetestet haben. Gut. So viel zur Chartanalyse. Jetzt schauen wir uns noch ganz kurz die News an. Opera Crypto Browser integriert Apple Produkte. Gutes Zeichen. Wenn euch der Artikel interessiert, werde ich euch später noch in die Telegram-Gruppe posten. Ansonsten schaut bei CryptoGuru vorbei. Und dann noch für alle Shiba Inu-Freunde. Shiba Inu-Angebot schrumpft. Preis pumpt. Nicht nur Robinhood-Listing war ja, wo nochmal Shiba Inu deutlich gepumpt hat. Der Pump ist glaube ich schon wieder abverkauft worden. War aber auch klar. Solche Pumps niemals hinterher rennen. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Ostermontag noch. Genießt den Tag, wenn ihr noch irgendwas Schönes macht mit euren Families. Genießt es. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen, entspannten Montag. Wir hören uns auf jeden Fall morgen Nachmittag beim Video. Morgen, also nächste Woche kommen die Updates wieder Nachmittag. Ansonsten schönen Nachmittag. Äh, schönen Morgen auf jeden Fall noch. Wir hören uns morgen wieder und wie immer. Stay Crypto. Ciao, ciao.